Beim nächsten Mal. Er steht auf dich. Immer noch. Ist vorbei, Ende. Da wird safe nie wieder was gehen. Jill ist einfach Maximum-Player. Deswegen kann ich jetzt hier machen, was ich will. Hallihallo, Hallöchen! Riecht nach Drama. Wie vorprogrammiert. Da gibt's Mord und Totschlag. Leute, da ist Reality, ne? Du wirst Bescheid. Riecht nach Drama.